Was passiert in dieser Folge? Weil du schlecht bist! Guck meinen Skin an! First Flexing Scheiß Renegade Raider, mach sie auf große Klappe, Digga, jetzt wirst du komplett zerstört Hör auf! Ey, da hast du Glück! Ich hab einen Rollertappen Gib mir den Account, Junge! Tschüss, Junge! Junge, aufzulaben! Wenn du deine Mutter über alles liebst, dann lasse jetzt ein Like und Abo da, denn dann bist du ein richtiger Ehrenmann Also ich werde jetzt direkt abonnieren, Glocke aktivieren, liken, weil ich liebe meine Mutter So, Community, ganz kurz, und zwar, wenn ihr mit mir zocken wollt, dann schreibt jetzt euren Epic Games Namen in die Kommentare Und schreibt mir auf Instagram eine Nachricht Dann werde ich heute Abend um 9 Uhr ungefähr 7 bis 8 Leute von euch adden und mit denen kreativ spielen Also kommentieren, das Video liken, abonnieren und ansonsten dann jetzt viel Spaß mit dem Video Hallo? Hallo? Was geht? Bist du Deutscher? Ja, bin ich, was geht? Was geht ab, Bruder? Alles klar? Junge, du bist ein Drehge... Wart mal! Du Schwarzer Ritter, Junge, was sind Bots? Was bist du für ein Schwierer? Wir haben euch wie ein Schwarzer Ritter Ey, was bist du behindert, Junge? Natürlich Hast mein Skin gesehen? Ich habe Renegade Raider, ich bin hier der Beste Junge, chill mal deine Eier ab, Digga, niemand hat dich herausgefordert, Digga I'm real Ukrainer, Junge, du hast mal gesagt, du bist deutsch, aber kommst aus Ukrainer Guck mal, dein Skin, ich sehe dich schon oben links, du hast ihn sogar noch als Skin ausgeht Hast du keinen OG, Skins richtig OG, dein Skin ist nicht mehr OG Season 4 ist jetzt sogar OG Das Ganze ist halt einfach hässlich, keiner feiert ihn Guck mal, mein Skin an Guck mal, ich bin jetzt neben dir, siehst du mein Skin? Junge, Junge, beruhig dich erst mal, okay? Ich sehe schon, du hast Marco geleitet, aber trotzdem bist du im Ball In 1-1-1 klapp ich dich easy, kannst du dir für kein Renegade besorgen? Digga, was laberst du, Junge? Man sieht Marco besorgen, Battle, du bist mal aber kein Renegade Digga, Junge, Junge, fuck mich nicht ab Ich will einfach nur Fortnite spielen und dann fuckst du mich so ab, oder was? Ja, ich wollte Fortnite mit OG-Spielern spielen, dann kommt so einer wie du Guck mal, weil ich sowieso nicht mehr so auf Fortnite spiele, mach ich dir ein Deal Weil ich eh denke, du bist los, mach ich mal, ich mach's einfach so auf lustig Nach der Runde edge ich einfach auf Epic, nimm mein Epic-FH an Danach können wir einfach in Creative machen wir 1-1 gegen 1 Und wenn du mich in 1-1 nimmst, bekommst du den Account mit Full Access Du bist eh nicht schlecht, also ich werd's eh sicher Boah, du hast einen Kill gerade gemacht, weil er einfach nix kann Du bist auch so lost wie du Junge, 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 hör mal auf zu reden, Junge Du fuckst mich die ganze Zeit ab, Alter Was willst du von mir? Du bist ein richtig, richtig frecher kleiner Junge, der denkt, der hat Eier bekommen, Digga Aber du hast noch nicht Schamhaare bekommen Und zweitens, du bist richtig frech, Digga, was macht ihr überhaupt? Ey, komm, halt's den Maul Ich bin 14 Jahre, Alter, ich bin nicht klein, trotzdem Ich seh, du bist, keine Ahnung, vielleicht 30 Jahre alt oder so Und trotzdem, obwohl ich jünger bin, als du, hab ich bessere Skins Einfach ein Bot, Junge Deswegen mach ich immer so einfach ein Angebot Ich kann nicht mal editieren Junge, Drecks, Fortnite, dessen will ich auch deinen Account wegmachen Digga, was hat, was hat, was hat, was hat das mit dem Alter zu tun, hier irgendwie OG-Skin zu haben? Ja, trotz, ich hab schon mit 10 Jahren angefangen, Fortnite zu spielen Ich bin hier der Beste, du Bot, Junge Junge, das kann gar nicht sein, Digga, weil vor 4 Jahren Fortnite nicht mal draußen bald Guck mal zu mir, komm mal zu mir, komm mal zu mir, komm mal zu mir Du siehst, mein Leckeres, gib mir sofort den Mini-Air Du kriegst gar nichts, Junge, und außerdem hast du den genommen Siehst du das, siehst du das hier? Ja, Junge, hau mal ab, Digga Man denkt, du bist was krasses, Alter Ich bin hier der OG, Junge, geh weg Gott, Junge, guck mal, du kannst nichts mehr, so schlecht Ey, Junge, hör auf mich aufzuregen, Digga Hau auf mich aufzuregen, was für OG-Skin wird Schau mal, schau mal Und gleich in der Lobby, gleich in der Lobby wirst du sehen, dass ich mehr Skins habe Ich hab noch sehr viele OGs und zwar, ich bin einfach der Beste, Junge Bist du so schlecht, Junge Geh einfach weg mit deinen Dreckskin, Junge Oh Gott, du wirst auf Granat gemacht, du wirst disrespected Guck mal, dein Snipe verkackt, Junge Junge, halt dein Maul, Alter Bist so schlecht, guck mal, wie geil, Junge Komm, ich bin schlecht, Alter, du bist so eine fiese, kökige Sau, Alter Ich kann nicht mehr editieren, Junge, nach 50 Metern, ich kann immer auch nicht editieren Drecksvorte, Junge, ich lösche das Komm, ich bin pushen Guck mal, siehst du mein Pickaxe? Ah, Junge Ja, du bist schlecht, Alter Du bist ein No-Skin, Junge, du bist ein No-Skin Ich werde runtergeschossen, Junge, geh weg Drecksopferkind Rieck der mich auf Ah, du gehst down, Junge Drecksopfer Ich weiß, hier geht hin, hier geht hin Komm her Ah, hier ist ein Gegner Ah Digga, bist du tot? Oh, oh mein Gott, ich bin der Beste Oh Was laberst, Junge, du bist der Allerschlechteste, Digga Ah, ich bin Low-RP, kommst du mir sofort, du bot, Junge Rieck mich, äh, mit was, wie schätige ich? Hä? Mit L1 Komm her, komm her, komm her Easy clap, easy clap, du bot, Junge Geh weg Sofort Junge, halt's Maul, Alter, du redest so viel, Alter Wie kannst du so viel labern, du kleine Drecksau, Alter Weil du schlecht bist Guck, mein Skin on Willst du meine Pickaxe sehen? Mein Pickaxe kostet mehr als ein Skin Junge, du bist einfach geistig gestört, Digga Jetzt bist du leise hier, Junge, komm zu mir Ich bin einfach geistig gestört, hau mal ab, Junge Hau mal ab, du bist geistig gestört Ja, siehst du, das siehst du Ich editier mit L1, was ist das? Ich steh jetzt herum Hä? Ach so, hä? Was ist hier denn Kackdreck? Digga, ich hab noch nie, ich hab noch nie so einen behinderten Fortnite-Spieler gesehen, Mann Schau mal, Renegatrader sagst du, Digga Ja, schwarze Rüttere, schwarze Rüttere ist einfach viel kasser Junge, geh halt deine Schnauze, Alter Weißt du, wie alt die da vor sich vielleicht ist? Ich kann deinen Account hacken Ich hab alles, diesen Account hab ich auch hier gackt Hallo? Ich weck dich, einen Moment Wo ist mein Dreckiger Emote? Immer halt Small, Alter Ich bin eingeschlafen, weil du so langweilig bist, Alter Du bist nicht mal lustig Ich bin nicht langweilig Ich bin halt einfach OG Digga, was würdest du eigentlich damit erreichen? Wo ist die Dreckiger Emote? Was würdest du damit erreichen? Digga, du laberst zu viel Was würdest du damit erreichen? Ich such grad mein Emote Digga, halt Small, Junge Ah, hier, komm zu mir Hier, ich weck dich Komm, 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 komm Komm zu mir Ja, was würdest du mir zeigen? Steh auf! Unkorrekt, ich will doch nach der Runde 1 gegen 1 mit dir machen Um meinen Account Und dann sagst du unkorrekt Ich geb dir sogar eine Schock, du bist eh der Schlechtste Okay, okay, okay Ich hab grad einen Hyping Aber du gibst mir den Account Du gibst mir wirklich den Account, wenn ich dich zerstöre Du kriegst den Account Gmail da Ich drück O Ich hab Verzögerung des Todes Bei mir sind jetzt Fisch Ich esse jetzt ein paar Fische, weil ich nehm so Hunger hab Und ich will jetzt nicht so stinken Okay, wir machen das aber auf zu labern Ich kann nicht mal Fisch öffnen Junge, auf zu labern Ich schwirr mehr, lass mich mal in Ruhe Ich will ein bisschen nass werden Ah, schirr der Maul, Junge Hat einfach dein Maul, Junge Hilf mir, ich ertrink Hilf mir Stirb, Junge, stirb, Alter Geschütze erst recht, Digga, dass du stirbst Oh mein Gott, Bauchklatscher gemacht Zulich hab ich noch ein bisschen rot auf den Bauch Lecker, oh, lecker, edit Ich bin einfach der beste Junge, du schlechter Halt, Junge, geh einfach weg mit deinem Maul Schwarzer Ritter, Dennis, Gleis, Bottritter Wenn du mich rotterschiedst, bis der Ehrenklusste, den es gibt ich muss so schlecht jetzt bist du komplett zerstört ich hab dich getötet in 1g1, komm bitte geh down komm bitte bitte sterbe ich komm nice nice ich bin down nice stop geh in die sorge du bot ich fasse einfach den namen im real ukraina irgendwas für ein drecks name geh einfach weg einfach schlecht einfach hier 14 AP wie schlecht oh mich aufzuregen der hat mich jetzt endlich eingeladen dieser der baller ich werde ihn jetzt richtig zerstören ach da bist du jung gekommen jetzt gegen 1g1 der ball da denkst du es kann ich meine skins nein will ich nicht sehen junge first flexing first flexing oh es kommen die randoms raus guck mal ich bin einfach der beste junge ah vorne ist meine schöne map keine bot siehst du mein skin ich bin einfach der wahre rutsch komm rein junge ich zerstör dich digga deine account gehört mir deine account gehört mir ja komm ich bin einfach die beste one in one map waffen haben wir direkt drin warum ist die nacht da hab ich eingestellt hallo ich bin also um 3 uhr nachts du es und da kommst du dann wie du ja komm 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 wenn ich gewinne dann gehört deine account mir und da gibt es keine aussehen hast du verstanden ja ich bin kein bot ich schaff das komm komm let's go ey dein ernst ja Junge was schießt du mich runter du bot du bist so schlecht komm her du bist so schlecht komm her du bist so schlecht komm her erst mal hochbauern ey auf hol'n ping was laberst du hör auf ey da hast du glück ich hab'n droll alter ping droll anti ping was kann ich dafür tun du bist einfach schlecht mein game hat so viele verzögerungen du bist so schlecht was laberst du jetzt warum lügst du jetzt mein game hat einfach 10.000 verschörungen ich hab'n mal zerstört sich dann gehört dein account mir dann gehört dein account mir dann gehört dein account mir das ist kein vornent mehr dein account gehört mir klar du kommst du kommst gmail Daten alles also reg mich nicht auf ich werd ich eh easy klappen einmal hast du jetzt einfach nur aus glück gewonnen komm her warte so ja let's go junge du bist so schlecht du kannst gar nichts machen ich seh dich nicht halb's maul dein account gehört mir mein monitor ist ausgegangen mein monitor ist ausgegangen mein monitor ist ausgegangen ich seh nix mein monitor ist ausgegangen mein monitor ist ausgegangen ich hab'n Autohack mein screen bewegt sich von selber was laberst du du wirst nichts bekommen ja einfach weg du wirst nichts bekommen hier soll ich was ich jetzt mache okay warte ich gebe die daten warte unten links wenn jetzt die daten stehen unten links wenn die daten stehen warte ich muss ganz kurz die gmail daten reinsteigen nicht tötenlos gibt's nicht die daten warte warte renegade only my gmail bekommt tschüss was tschüss wie wie ich werd so ich werd jetzt so dass man blockieren du wirst nichts gewinnen opfer jünger direkt rausgehen du der mal alter kommende zählung ich riecht mich auf ich hab gewonnen du wirst den account nicht bekommen alles ist zu ende ich blockier dich verlass die gruppe und noch schönes mit dem schwarzen drecks skin tschö was ein bot alter was ein bot bist du junge gib sofort den account du wirst nichts bekommen ey freunde bei 20.000 likes muss er mir den account geben also freunde sprengt den like button damit dieser homo mir meinen account gibt den ich gegen ihn gewonnen habe alter Junge gib mir den account alter ich hab alles aufgenommen du kommst auf youtube nein bin nicht auf youtube ich hasse youtube videos ich mach dir du wirst diesen account bekommen wenn wir auf dein video 20.000 likes haben und auf meinem kanal die 3k haben dann werde ich dies 1 bis 1 machen dann mach ich meine zeit da ok junge so machen wir es alter also der deal verpüsst dich jetzt ja du wirst eh nicht schafft du hast ewig im not count also freunde das war's mit dem video lasst auf jeden fall like da abonniert den kanal aktiviert die glocke und wenn ihr mich supporten wollt dann tragt ihr im netizen item shop und schreibt mir in die kommentare was zu videos ihr sehen wollt und ganz wichtig freunde schreibt euch den epic games namen in die kommentare dann werde ich puff leute von euch adden mit denen ich dann ab und zu zocke und freunde ganz wichtig create a code im natis wenn ihr mich unterstützen wollt auf instagram heiße ich im natis also freunde bis zum nächsten mal beste community stein